So, Frank Etwa in Urgestein des HBW mit Leistungsträger und Stütze des gesamten Vereins. Fünftes Jahr Bundesliga. Litti, wenn du zurückdenkst von damals HBW-Aufstiegssaison bis heute, hat sich vieles geändert. Was genau fällt dir besonders auf, was sich ins Positive geändert hat? Ja, ins Positive hat sich geändert, dass wir hier in einer tolle Halle spielen, hier in Balinge, nicht in Tübingen, in einer rosane Halle, sondern eine richtig schöne Halle, die für uns geeignet ist, wo es alle relativ gut sind und Steh- und Sitzplätze ausreichend gibt. Das ist mal der größte Punkt hier, was sich verändert hat in Balinge. Natürlich das ganze Umfeld mit Geschäftsführern, die Spieler, die Identität vom Training her, was wir alles machen mit Athletiktrainer und so weiter. Das ist mal die größten Punkte, die sich mal geändert hat bei uns in der Mannschaft bzw. vom Umfeld. Du hast durch deine lange Zugehörigkeit beim HBW viele Spieler kommen gesehen, viele gingen, viele kamen wieder. Wie beurteilst du nun den aktuellen Kader in dieser Saison speziell? Ja, unser aktueller Kader ist, wir sind alle gesund. Das ist jetzt mal immer das Wichtigste. Wir haben immer relativ reichlich Verletzte gehabt und dann immer schwere Verletzungen. Wir sind alle gesund und das ist schon mal der richtige Ansatz hier, dass wir hier jetzt...